Ich bin Toni Peterhans, komme aus Islisbach und bewirtschafte hier mit meiner Familie Milchwirtschaft, Ackerbau und Lohnbetrieb mit Sturmproduktion. Ich habe einen sehr guten Draht zu meinem Sohn. Ich habe vielleicht das grosse Glück, dass er die gleiche Leidenschaft verfolgt wie ich. Er muss mal nicht das Gleiche machen wie ich, aber wenn wir heute zusammen arbeiten müssen, dann sind wir ein richtig starkes Team. Sieben Kulturen sind Silomais, Weizen, Gerste, Buschbohnen, Dröscherbsen, Zuckermais und Zuckerrüben. Mit Spirit und Leidenschaft bist du erfolgreich. Das ist in einer Fussballmannschaft und in einem Verein so und vermischst du es sehr, sehr gut. Sprechleife